In uns tobt ein Sturm, ein Brennen, ein Verlangen, der Wille mehr zu geben, als überhaupt vorstellbar ist. Alle herhören, Red Wings haben das Go. Das ist die Zielperson, ein führender Taliban. Er hat letzte Woche 20 Marines getötet. 20? Wir gehen mit einem Vier-Mann-Team rein. Axelson, ich, Dietz, Maric. Sind die Jungs bereit? Abstellung bezogen. Alles gut. Das sind mehr als nur 10. Das ist eine Armee. Hey, los! Runter auf den Boden! Die Operation ist gefährdet. Der ist Spartan Zero-One. Danny, funktioniert das Funkgerät? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens, wir lassen sie laufen und sehen weiter. Dann läuft er sofort da runter und wir haben 200 von denen im Nacken. Zweitens, wir eliminieren die Gefährdung. Wir können doch keine Kinder umbringen. Wir lassen sie frei und gehen nach Hause. Haben wir das Richtige getan? Spartan Zero-One, Funkcheck. Hören Sie uns? Danny, ich hab hier keinen Empfang. Hast du was? Das sieht nicht gut aus. Oh nein. Ich glaub, es gibt gleich ein haftiges Feuerwerk. Und los geht's. Na los, Jungs! Bewegt euch! Wir haben mich erwischt. Und zu alle, kannst du kämpfen. Fallen, Kontakt, da sind 12 Uhr! Wir schaffen das, oder? Ganz sicher. Egal, wie sehr es schmerzt. Wie dunkel es wird. Oder wie tief du fällst. Du hörst niemals auf zu kämpfen. Ihre Arbeit war ein Geschenk für die Menschheit. Sie haben das Jahrhundert geformt. Bir ist jetzt. Ischas die Helm зах uncover.